das holz und ich wir sind fast einzig ist irgendwo noch ein holzstück da ist das nämlich stein wenn du meinst dann macht das ruhig so ist jetzt die frage haben wir können ja mit f3 gucken aber ist tatsächlich distanz sieben das ist schön so wir sind jetzt definitiv schon zwei drei mal in die welt gestartet das würde auch für uns bedeuten ich glaube dass wir definitiv keine hanging sachen haben dürften können aber zum glück hier das hier machen und können den abbauen und baut den ab dann kann der nämlich auch hier die kälen wir können auch hier unterwegs mal mitnehmen zack und da können wir direkt darauf gehen den dann mitnehmen dann müsste eventuell vielleicht alles weg sein so hier ist natürlich wieder irgendwas was natürlich nicht so sein soll wie es dann können wir gucken auf 37 ok passt wunderschön zack 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 das weg da müssen wir hier unten mal gucken zack zack die weg wunderbar das ist schön es wird wieder dunkel hier das ist doof das geht nicht ich muss doch licht haben ich brauche doch ein bisschen licht ein bisschen licht zum arbeitern so hier können wir uns da auch wunderbar hier ist nämlich irgendwo noch ein stück kalt nämlich da nämlich hier hallo lass mich da hoch zack apfel nehme ich mit ah hier ist kein wasser das ist ein bisschen ärgerlich die ist ein bisschen ärgerlich dann müssen wir kurz hochlaufen zack einmal schnell schlafen dass die ganzen mobs weg kommen und dann können wir nämlich wunderbar hier einmal das holz rausschmeißen zack 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 und wir haben schon wieder eine also was ist schon wieder eine mit 34 folgen in der wir quasi hier zeugs abbauen so warte mal wir wollen da hoch haben wir hier irgendwo wasser wahrscheinlich nicht wahrscheinlich nicht wahrscheinlich nicht wir brauchen irgendwie wasser hier hier ist eine höhle aber ist kein wasser dann müssen wir einfach so das ist auch schon ein riesen baum da ne ist einfach ein riesen baum wenn man hier zuguckt ja ne gehen wir ein bisschen hier rüber dann gehen wir sogar bis nach ganz oben oh ja gut das ist nicht gut weil wir bleiben nämlich hier äh stehen zack 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 wunderbar so die hier noch genau die wollen wir noch mit dem da kann das nämlich die cane da wunderbar wunderbar das ist schön zack 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 perfekt da kann der schon runter bis ich bauen sind und da kann man das hier so schön abbauen zack 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 grey zack zack wunderbar muss mich raus dankeschön nicht so was man mit mir nicht so was man das geht nicht so wo sie mir denn irgendwo holz da ist holz da ist holz dann ist hier holz und wunderschön zwar hier müsste definitiv anhalt sein und hier ist auch noch irgendwas da so weit weg und an dieser 1 ok ja hier ist auch wieder halt so gucken das ist wieder so ein bäumchen das ist ein bäumchen hier ist auch wieder irgendwie schön aber das ist ein bäumchen zack und das auch wieder so ein bäumchen schon verrückt dass eigentlich viel mehr augblätter hier sind ich verstehe das nicht also normal müssten die doch eigentlich wenigstens hier so ein paar so ein paar zumindest haben die halt nicht die halt definitiv nicht oak sind weil das ist ja schon ein bisschen gräse hier gut hier muss man halt ein bisschen decayen lassen da so hier ist nämlich irgendwo noch ein halstück zack wunderschön 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 so da kann das nämlich wunderbar decayen so ihr wisst jetzt schon mal wann dieses skinshot hier entstanden ist schon ein vorteil eigentlich nicht aber gut so hier können wir jetzt auch noch nach oben ah der hat doch kommt hoch wunderschön ich dachte schon gerade wir gäbe nicht hoch ja das ist schon cool hier eigentlich gucken wir mal die katze und die chillen da einfach so ein bisschen ist auch schön das ist auch schön zack 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 hier können wir auch noch die abbauen der hoffnung dass das alles so passt wunderbar 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 das ist schön zack 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 und dann können wir hier schön abbauen so dann haben wir das hier schön gab noch ein paar schöne davon na da gibt es noch ein wunderbar wunderschön 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 was ist hier was geht hier ab naja hier dürfte so langsam die kate sein alles wunderschön 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 und da und da dann haben wir nämlich hier wieder fünf weil wahrscheinlich vielleicht bäume hier keine ahnung aber das f3 ist immer so diese nervige kack ansicht ich hasse die es ist einfach es ist einfach ätzend was das da also das ist nur als ich wollte schon sagen wunderschön 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 das ist ja wieder mit holz versehen so da kann man nämlich hier mal gucken da haben wir nämlich sehen genau das ist 7 6 und 4 3 also hier sehen wir definitiv hier ist irgendwo holz und wenn man jetzt hier nochmal guckt haben wir wieder 7 das schön zack und hier ist auch wieder sowas aber ist der auch noch auf unserer route ja er ist noch so ganz grob auf unserer route das heißt der muss leider aufweichen aber wir kommen gar nicht hier vorbei müssen nämlich hier rein und sollten mal eventuell was essen na doch wir kommen vorbei guck mal wir haben sogar hier eine etage wo wir uns direkt schön sittig ganz geliegend hier reinsetzen können so was haben wir denn da ist der boden der ist komplett fertig okay das heißt wir können jetzt hier zwei drei tiefer und dann ist das gut wunderschön zack 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 wunderbar ah da ist noch holz das sind noch zwei hälzer zack zack das ist noch ein holz gut das war's gerade gut machen und dann mitnehmen und dann mitnehmen sehr schön das gut wunderbar was haben wir denn hier am boden hier haben wir wieder ein holzstück hat sich eingefallen das mir erlaubt dass wir da fertig abbauen können so wir können dann hier gerade runter und bauen gerade den baum ab und gerade den baum und dann mitnehmen sehr schön und dann mitnehmen sehr schön und dann mitnehmen sehr schön wunderbar was ist das hier amd da sind noch ein stück dann können wir hier noch mal gucken wir können jetzt mal gucken 7 3 2 1 ach gut guckt ja direkt drauf 4 3 so dann ist hier nämlich wieder was genau 5 3 2 1 genau ist hier nämlich was 6 6 5 4 3 wird ganz gut klar ist hier hier ist auch noch irgendwo was das ist die frage halt ob das der hier das jetzt zählt ich weiß es nicht deshalb weg damit wo ruckelt denn hier so komisch so was haben wir denn hier 7 6 5 4 also wahrscheinlich hier irgendwas doch das können nicht so geht nicht so 2 aber da wir jetzt schon wieder nach haben müssten wir die folge auch so langsam die kate doch gerade gleichzeitig was wollt ihr denn hier von mir macht das doch einfach aber ist schon ein schönes stückchen was man da so geschafft hat also dementsprechend nächste folge einschalten daumen nach oben nicht vergessen und ja abonnieren ganz wichtig bis zur nächsten folge 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 Vielen Dank.